Mit Buhrufen kann er leben. Und damit muss er auch leben. Bei Let's Dance gibt Joachim Jambi gern den Fiesling, macht sich mit seinen Knallhartbewertungen oft keine Freunde. Geschätzt ist der Wertungsrichter alle Male, dann an Expertise mangelt es ihm wahrlich nicht. Nun ist er am Freitagabend, 9. Juni 22 Uhr, MDR, beim Riverboat zu Gast und präsentiert sich von einer ganz anderen Seite. Wenn irgendwo ein großes Tanzfestival ist, darf er nicht fehlen. Joachim Jambi Bekannt als scharfzüngiger Juror der RTL-Show Let's Dance Schließlich sei Tanzen seine Heimat, so der 58-jährige Let's Dance, Joachim Jambi beim Riverboat. Am kommenden Wochenende ist der gebürtige Duisburger logischerweise beim großen Tanzspektakel mit Weltstars in Leipzig dabei. Vorher ist der als harter Hund bekannte Wertungsrichter aber bei der MDR-Talkshow Riverboat und zeigt sich dort auch von seiner weichen Seite. Nicht sein erster Auftritt in der MDR-Talkshow. Und wer ist sonst dabei beim Riverboat an diesem Freitag? Da wäre zum einen Sängerin Ute Lemper, die über ihre Autobiografie, Die Zeitreisende, sprechen wird. Auch dabei sind Bestseller-Autorin Hera Lindh und DDR-Azid Dieter, Dito, Kretschmar. Er flüchtete gleich zweimal aus der DDR. Sie schrieb seine abenteuerliche Lebens- und Liebesgeschichte auf. Beide erzählen im Riverboat. Warum solche Tatsachen-Romane ein Erfolgsgarant sind und warum diese Geschichte unbedingt erzählt werden musste. Viele Stars beim Riverboat. Schauspielerin Vera Tschechova, Mädchen mit den Katzenaugen, ist ebenfalls zu Gast. Genau wie Kultregisseur Detlef Buck. In der neuen starbesetzten Comedy-Serie, German Genius, ist er, alles. Und bleibt doch nebenbei weiter neben Erwerbsbauer. Er erzählt zum ersten Mal im Riverboat über seine Beweggründe. Defa-Star Ursula Werner, ein irrer Duft von frischem Heu, drei Schwestern, Wolke 9, der Junge muss an die frische Luft, oder ganz aktuell im Kinofilm Orphea in Love, gibt alles vor der Kamera, sicher auch in der MDR Talkshow. Und DJ Rico, ein Enkel von Stereoakt, erzählt im Riverboat, warum er lieber einheizt anstatt Damenrasierer zu promoten, und warum sein Herz für das Erzgebirge schlägt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017